ja wie soll man das erklären ich habe gerade aimbots gespielt mit bots halt und habe ein bisschen im kreis getötet und hab dann gedacht machst du mal die konsole auf machst du mal map das 2 rein nachdem du dich ein bisschen aufgewärmt hast weil ich noch mal was testen wollte jetzt sieht ich habe irgendwas im auge sehr schön autobunnyhopping 1 sv accelerate meine wunderschöne ach so ich habe nicht mal sonst gehabt meine wunderschöne das 2 map so aus wir können ja mal bot stop 1 machen bot quota 1 dann machen wir mal bot add ct dann machen wir mal nochmal round time defuse 999x9 restart game so und ich muss sagen dass es mal sind auf jeden fall weniger fps als sonst weil alles zerhackt ist obwohl weniger eingeblendet wird aber man kann da nicht durch ich finde den scanspot mittlerweile sehr schön wenn man überleben will am ende darunter warum dieses auto ein x ist damit man nicht unter durch schießen kann das macht wild warum auch immer es fehlt halt gefühlt mein halbes counterzweig und da sieht man mal was alles einzelne bestandteile der map sind weil man die map jetzt ein bisschen kennt kann man natürlich super durch jolo damit man hier nicht durch schießt das ist mal ein mysterium gerade aber so sieht die map aus schön dass die blaue box skybox von unten also dass man schon mal erweitert das dass das hier hinten hingeht aber was zur hölle ist hier schief gelaufen gerade also ich weiß es wirklich nicht damit man hier nicht unter durch hämmer weil die box ja auf einer palette steht das witzige ist man könnte es gibt eine erweiterte version mit der treppe dass die nach oben auf short geht das sieht man sogar von oben da damit man nicht unter dem auto durch schießt ach ja hier war jetzt hier der kist irgendwo ne sieht man nicht dass man dann hier eine ecke hochkommt beziehungsweise hier hinten rum Richtung goose gehen kann mega witzig stimmt denn mit der map nicht da hier rum und dann da oben raus kommen das wäre sehr cool muss ich sagen ach guck mal hier unter dem auto durch schießen oder hier reingehen einfach dann Richtung lange raus kommen riesige ja das ist die skybox ja damit man auch möglichst hoch wirft und dann nicht wirklich so durch kommt aber was ist denn bitte mit meinem half life schief gelaufen ja das ist mal wäre mal interessant herauszufinden was da gerade in der konsole vor allem schief gelaufen ist ja noch schön gespielt mit den bots bot 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 den habe ich einfach ja gut ne entschuldigung das sind die server material die erled so das war das alles fehlt error loading building building assault skybox krass brick wall weil ja hier kommt das 2 da lädt er sie runter und dann geht es los mit dem scheiß und dann droppt der ganze kram halt komplett runter ja ja mal gucken ob es überhaupt Müll gibt na und der ende und eine gibt es auch nicht ja da werden wir doch mal spontan überlegen was hier schief gelaufen ist aber ich glaube daraus werde ich nicht schlau vielleicht kriege ich das auch noch mal reproduziert wow